Hey Leute, in diesem Video fährst du mal, wie man so einen Sahnespender eigentlich richtig anwenden kann, um einfach Sahne bzw. Schlagsahne zu Hause selber frisch machen zu können. Wenn du Bock darauf hast, dann bleib auf jeden Fall dran. Zuerst brauchen wir bei unserem Sahnesiphon hier eine spezielle Gaskapsel und natürlich auch unsere benötigte Menge an Schlagsahne. Bei mir sind es jetzt genau 500ml. Es gibt übrigens verschiedene Hersteller von solchen Sahnesiphons hier, jedoch sind die meisten relativ ähnlich aufgebaut, weswegen diese Anleitung natürlich auch für andere Modelle gilt. Zuerst einmal geben wir unsere Schlagsahne hier in den Sahnesiphon hinein, schauen natürlich, dass wir nicht ordentlich kleckern. Und wenn das geschehen ist, könnten wir jetzt auch noch etwas Sirup zum Beispiel hineingeben, dann müssen wir aber anschließend unseren Sahnesiphon nochmal richtig gut durchschütteln, dass sich natürlich auch die Zutaten miteinander vermischen. Nun müssen wir noch die Gummidichtung hier unten in unseren Gerätekopf richtig schön einsetzen, sollte bei mir auch schon passen und dann können wir auch schon unsere spezielle Garniertülle, gibt es auch verschiedene normalerweise, hier oben auf den Gerätekopf schön aufdrehen. Anschließend den Aufsatz hier oben auf unseren Sahnesiphon aufsetzen, schauen, dass das Gewinde anpackt und dann einfach im Uhrzeigersinn schön fest drehen. Natürlich auch hier nur handfest und nicht übertreiben. Als nächstes muss die Gaskapsel hier mit der geschlossenen Seite voraus in den Behälter geben. Den Behälter setze ich hier oben auf, schaue natürlich, dass das Gewinde schön anpackt, so wie bei mir jetzt. Und dann muss ich es langsam hinein sehen und schon können wir auch schon ein leichtes Zwischen nämlich hören. Wenn das Zwischen vorbei ist, dann ist das ganze Gas jetzt hier in unseren Sahnespender hineingegangen und ich kann diesen Kopf hier oben wieder gegen den Uhrzeigersinn abdrehen. Nun meine Schutzkappe hier vorne noch aufsetzen und jetzt den Sahnesiphon einfach einmal so fünf, sechs Mal ordentlich schütteln. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Das sollte auch schon reichen. Und wenn wir jetzt einen Sahnespender mit einem Liter Füllmenge hier hätten, dann müsste ich jetzt noch einmal denselben Vorgang wie davor auch machen, dass ich die Gaskapsel hier oben einsetze, also eine zweite, diese draufdrehe, das Gas hier hineinkommt und noch einmal fünf bis sechs Mal schütteln. Doch bei mir ist das jetzt nicht der Fall. Zum Schluss unseren Sahnespender so nehmen, dass der Gerätekopf jetzt dann nach unten zeigt und nun schauen, dass hier zwischen der Tülle und zum Beispiel meinem Teller hier circa ein Zentimeter Abstand ist. Jetzt den Griff leicht betätigen und schon können wir sehen, dass wir hier schöne frische Sahne haben, so wie es auch sein soll. Wenn die Konsistenz hier unten übrigens etwas zu weich wäre, müsste ich einfach nochmal den Sahnespender umdrehen, etwas schütteln, dann einfach noch einmal testen. Und wenn die Konsistenz passt, habe ich meinen Sahnespender auch schon richtig natürlich angewendet, frische Sahne hergestellt und kann diese bis zu zehn Tage aus dem Kühlschrank jetzt genießen. Wenn du dir für zu Hause jetzt übrigens auch so einen Sahnespender hier, einen Messbecher oder auch gleich mehrere solche Gaskapseln auf einmal zulegen möchtest, um einfach Geld zu sparen, dann kann ich dir hierfür wirklich nur Amazon empfehlen. Hier hast du nämlich eine sehr hohe Qualität von Markenstellen zu einem relativ günstigen Preis und das Beste hierbei, das Ganze wird direkt zu dir nach Hause geliefert und du musst nicht extra in dein Fachgeschäft Hilfe fahren. Wenn du dir also eins von diesen Untersiedeln hier zulegen möchtest, dann einfach mal hier unten drunter in der Videobeschreibung auf den entsprechenden Link klicken und du kommst direkt zu Amazon. Wenn dir das Video gefallen und somit auch weitergeholfen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Außerdem kannst du hier oben meinen Kanal kostenlos abonnieren, um kein neues Video mehr zu verpassen und hier unten drunter gerne einmal ein Problem bei dir zu Hause in die Kommentare schreiben, wofür du einfach noch keine richtige Lösung gefunden hast. Bis zum nächsten Mal.